Wer schafft es, über diese Mülltonne von euch zu springen? Der Gewinner bekommt dann dieses unterschriebene Poster und das Chris-Böhm-T-Shirt von mir. Und mit dieser Sprung-Technik kommt man am besten über die Tonne drüber. So, jetzt seid ihr dran. Der erste Fan von mir rennt an, aber bremst leider davor ab. Danach der zweite Fan legt einen Sprint hin und kommt leider falsch rüber. Trotzdem ein Autogramm für dich. Gut gemacht. Und der dritte Fan gefreut dich Vollgas, aber springt leider auch falsch über die Mülltonne. Und dann der vierte Kandidat. Er rennt an, die Usain Bolt springt ab und boah zack. Alter Schwede. Der Typ hat fast sogar einen Frontflip gezaubert. Für mich der klare Gewinner. Hier das T-Shirt für dich. Und wer hätte sich das von euch auch getraut?